Es ist kein Geheimnis, Dieter Bohlen und Pietro Lombardi verbindet schon seit Jahren eine enge Freundschaft. Als Pietro Lombardi 2011 vor der DSDS-Jury stand, ahmte er noch nicht, dass sich sein Leben schlagartig verändern würde. Er ging nicht nur als Sieger der Schule hervor, sondern ist mittlerweile selbst als Jurador tätig. Besonders zu seinem Kollegen Dieter Bohlen hat er ein ausgezeichnetes Verhältnis. Dieser schwärmt immer wieder in den höchsten Tönen von seinem damaligen Schützling und bezeichnet ihn sogar als seinen Sohn während. Eine Fragerunde auf Instagram will ein Fan nun wissen, was Pietro an Dieter am meisten mag. Darauf hat er eine klare Antwort, seine ehrliche und direkte Art. Ich hole mir viele Tipps fürs Leben von Dieter. Wir sind jetzt seit neun Jahren echte Freunde, auch abseits von TV und Öffentlichkeit. Ich denke, wir haben uns sehr lieb über diese süße Beichte dürfte sich Dieter sicherlich sehr. Freund, öffentliche Ausraster. Pietro Lombardi verliert die Kontrolle. den Dürfen, äh, Untertitelung. BR 2018